Hallihallo mein lieben Homies, Willkommen zu Assassin's Creed Origins. So, da ich heute noch keine Tagesquest gefunden habe, habe ich mir gedacht, wir töten die beiden Elefanten. Falls heute im Laufe des Tages noch eine Tagesquest erscheinen wird, werden wir sie natürlich auch machen. Und ich werde sie euch zur Verfügung stellen. So. Schauen wir mal. Zwei stücke ich schon aus, nochmal, wa? Nein, was ist mit dir? Ja, ich muss erst mal hineinkommen, Limonis. Wir brennen auf jeden Fall. Krasse Sache, ja? Zwei stücke ist schon eine harte Hausnummer, sag ich mal. Nein, wir haben daneben gehauen, was ein fuck. Aber... Rachev? Da ist der Elefant. Und der andere? Kaddish, okay? Guck mal, komm, hau nicht, sag ich dir. Taure dich. Ich würde mal sagen, den machen wir jetzt platt. Aber wir spannen uns da auf. es gibt kein angriff weg mit dir schon wieder geblockt aber ist mit dem man die momis sehr schön den ersten haben wir schon mal weggenietet so geht nur ja jetzt sieht es eigentlich nicht schlecht aus wobei was du dir da sehr schön wir sind fast platt meine momis erst mal weg hier ich sag mal so ist auf jeden fall nicht leicht schon anspruchsvoll laufbar alle hoch achtung an den leuten die direkt geschafft haben respekt auf jeden fall ich will nicht sterben nein 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 fick dich entschuldigung wem fick dich meine momis entschuldigung es tut mir leid musste jetzt raus verdammt leck mich an der socken ja eine trophäe umso tiefer fallen sie wird leider nicht angezeigt bei euch ich weiß nicht warum die sterfunktion das nicht aufnimmt und man hat einstellen kann auf jeden fall mein lieben homies haben wir es geschafft sehr sehr schön nächste sache auf jeden fall anstrengend respekt an alle die es geschafft haben meine lieben homies ich bedanke mich fürs zuschauen und sage bis zur nächsten aufgabe auf wiedersehen